Ich bin ein exklusiver Bodyguard. Sie sind der meistgesuchte Auftragskiller der Welt. Mein Job ist es, Ihnen Gefahren vom Hals zu halten. Und wie ist es gelaufen? Mein Fehler. Dein Fehler? Darius Kincaid. Der Wichser ruiniert mein Leben. Ganze 27 Mal. So oft wollte mich dieses Arschloch schon umringen. 28! Schöße! Allein bin ich sowieso sicher. Sie überleben nicht eine Stunde ohne mich. Wissen Sie eigentlich, wie bescheuert das klingt? Niemand kann Kincaid töten. Keine Ahnung, wie du so lange überleben konntest. Kann ihn vielleicht mal einer täschern? Ich war mal ganz oben. Jo, können wir da mal los? Okay, auf drei. Eins. Scheiße. Echt jetzt? Der Mann hat über 150 Menschen umgebracht. 250, locker. Ein bisschen empfindlich, die Mühle. Ich baller dir gleich Blei. Hast du irgendwann schon mal bitte? Bitte, warum brüllen wir uns so dann? Ich baller dich! Vielen Dank.